Ich stelle euch vor, ihr wollt 993 mit 884 multiplizieren, okay? Und das geht im Kopf, innerhalb von einer Minute könnt ihr dann ausrechnen. Dann nehmt ihr die Zahl und zieht die von 1000 ab. Was kommt raus? 7. Ach, ihr seid so schlau. Das ist super. 7 ist super, die 7 nehmen wir und ziehen die von der zweiten Zahl ab. Okay, was kommt raus? 877. 877, ich schreibe da oben hin. Das gleiche machen wir mit der zweiten Zahl, ziehen die von 1000 ab. Ist jetzt ein bisschen komplizierter, aber ihr kriegt es hin, oder? 16. 16. Hm. Die 100 waren selbstverständlich. Nein, nein, nein. Okay, lassen wir gelten. 116. Dann nehmen wir die 7 und die 116 und multiplizieren die miteinander. Jetzt wird es ein kleines bisschen komplizierter. Also das ist ja dann 42, also 7 mal 6, plus 7 mal 10, plus 7 mal 100. Die muss man dann addieren. Da kommt was raus? 812. 812. 812. Und ich schreibe da hin. Fertig. Bitte. Das hättest du mir mal vor 10 Jahren erzählt. Geil, ne? Also 993 mal 884 ist 877.812. Punkt. 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 Vielen Dank.